so willkommen zurück hier und moin moin auf meinem kanal zusammen mit joel und elli und sam und ich weiß gar nicht wie der bruder jetzt heißt versuchen wir uns jetzt heute nacht rauszuschleichen hier und zwar dort wo die alle die hunter also die jäger alles bewachen wird nicht einfach werden aber wir werden schon irgendwie schaffen wie schnell man sich an diese adaptiven trigger gewöhnt von der playstation 5 also der controller ich mag den xbox controller lieber vom design her weil ich das irgendwie gewohnt da bin wahrscheinlich einfach nur aber die ich finde die rumble funktion dass alles diese adaptiven trick ist einfach besser viel besser auf der playstation okay ich versuche warm zu bleiben wie sieht es da draußen aus wir haben infizierte erledigt keine spur von den eindringlingen er hat ja einfach mal den einfach abgestocht glaube ich so gucken wir hier was finden man weiß ja nie ne alles mit dem müssen wir links aber hier draußen okay die beiden haben wir erledigt das heißt wir müssen ja irgendwie rausschleichen die lichter darf man nicht sehen ja ich höre aber ich sehe nicht scheiße na gut 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 schützt ist er nicht und nicht schlecht wir müssen ein bisschen warten bis der scheinwerfer auf der anderen seite ist dann rennen wir gleich mal rüber zum anderen Puzzle-Bang. Warte. Oh, warte. Kommt noch einer. Dürft ihr uns ja nicht sehen. Noch der eine da, oder? Kurz hier stehen bleiben. Wir können kurz warten. Man kann den Generator ausstellen. Das macht vielleicht Sinn, aber dann kommen hier alle Trigger. Ja, alle Trigger, alle Klicker hier an. Das macht es nicht. Das macht es nicht. Das macht es nicht. Verdammt. Und dreht einer. Da ist ein Eingringling. Aufmerksamkeit. 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 Da kommt der auch runter. Kann ich auch schnappen. Bei sogar. Ja. Scheiße, verdammt. Was? Oh, wir müssen uns wieder mal verbinden hier. Sonst wäre das nicht. Das waren wohl alle. Wir müssen das Tor noch aufmachen. Ich leide genug von. Okay, dann machen wir die Tür mal auf. Mal gucken, was passiert. Ich leide mich mal damit. Okay. Bereit? Was nicht tun? Los! Los! Halt, halt, halt. Hey! Sie sind hier drüben! Schau! Der Stein! Erledigt. Los, kommt schon! Okay, ich komm mal nach. Alles klar. Sam, los geht's. Oh nein. Das Tor geht gleich. Oh nein, ich bleib wahrscheinlich roten jetzt. Oh, war klar. Wir bleiben zusammen. John, los! John, hilf! Ach so. Oh, shit. Ah, wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Wir müssen sie bauen können. Oh, so ein Ding ist immer gut. Wollen wir mal einen von? Okay, müssen wir mal kommen. Wir sind in der Bar. Super. 1, 2, 3, 4, okay. Da kommt auch hier rein. Scheiße. Mist. Oh. Ich hab da drüben was gesehen. Oh. 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 Okay. Hey, los! Denk uns! Ja! Nicht verlieren! Oh. Oh. Tuck dich doch. Oh. 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 dummer Bastard. Oh. 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 Okay. Bitte lässt mal ein bisschen Munition für mich da. Ah, das sind wir mit. Der Stein ist besser. Der Stein ist besser. Für mich ist er besser. Sehen wir uns um. Ja. Dabei hätten ein bisschen Munition hätten wir gebrauchen können. Das war gut. Danke. Ab und zu mal ein nettes Wort, Joel. Ab und zu mal ein nettes Wort. Aber nö. Nö. Ich habe nichts verloren. Okay. Ich hoffe, wer längs kann, aber… Wo soll man das denn hinschieben? Durch die Tür hier? Ist da irgendwas kaputt, wo oben rein kann? Nö. Hä? Ich hätte ihn jetzt hier hinstellt oder so? Soll er da hochkommen? Und dahinter rausklettert? Das können wir nicht, okay. Erstmal gucken, was wir hier machen können, Ellie. Tür geht auch nicht auf? Nö. Hm. Shit. Oh. Oh, schwimmen kann sie ja nicht. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich geb dir Deckung und dann rennst du. Oh Mist. Oh Gott. Du hältst nicht oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verstand. Oh, das tat weh. Henry. Er wacht auf. Hey du. Hey du. Wir leben. Okay. Und? Was hab ich gesagt, hm? Alles klar. Das geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann? Henry. Hey, hey, hey. Hey. Er ist sauer, aber er wird uns nicht zu. Bist du dir da sicher? Stopp. Joel. Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein. Ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären entrunken. Tja. Es ist schon gut. Ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Hm. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Ja, vielleicht. Das war heftig. Alles klar? Wir gehen hier links, okay. Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ich bin schon dabei. Hey, mach dir keine Sorgen. Alles ist gut. Augen offen halten. Alles geplündert haben. Eigentlich wird man noch alles geplündert haben hier, oder? Ein Comic-Heftel liegt hier auf jeden Fall. Was? Das würde Ellie gefallen. Wir waren noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Nein, nach dem anderen. Es sieht so aus, als wäre ich den Chaos in solch einer langen genug Gewicht. Und meine Zeit zu sehen neigt sich am Ende. Ich habe keine Vorrede mehr. Und dies wird schon bessere Zeit gesehen. Und ihr wisst was. So muss es irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit nur übrig ist. Wie kann das schon Ski geben? Was kann schon Ski geben, oder? Falls ihr was gerne findet, tretet bitte auf meinen Schädel. Danke. Tja. Da kann man sich so ein bisschen retten, ne? Noch etwas gefunden da oben? Ehrlich? Ich gucke nur, ob du noch etwas hast hier. Ich glaube, sie hat auch nichts mehr gefunden, oder? Nein. Gut. Lass uns runter gehen. Komm mit. Gucken wir woanders nach. Ja. Noch mehr Boote. Upsala. Da blinkt auf jeden Fall schon wieder was. Aber es blinkt nur für uns. Das kann man liegen lassen. Aber das sieht auch schon wieder cool aus irgendwie alles, ne? Hier ist Endstation. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich fast. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Da hast du recht. Ja. Hatten früher alle Boote? Da, ich hatte eine große Jacht. Hey, Ali. Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Hilf mir mal damit. Ich komm. Okay, zusammen. Na los. Warten wir's. Okay, komm Kinder, los. Na gut, auf geht's. Na, das ist doch schön. Wollt die Lampen raus? Sam. Ich weiß. Ich hab's doch begriffen. Na, hier werden wir auf jeden Fall ein paar Klicker finden. Wenn nicht sogar so einen großen Fetten. Und Blower. Joel, wir sollten uns hier umgehen. Wir gehen hier lang. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Wenn du das auskriegst, krieg dich durch und mach die Tür auf. Oh je, ein riesiger Ratte. Mhm. Oh je, ein riesiger Ratte. Mhm. Und die wird nicht rum, ne? So. Hier lang. Da vorne kann der Weg zu sein. Gleich hier. Na komm gleich. Ich bin jetzt mal hier rein. Oh hier. Ehrlich, geh doch mal aus dem Weg, Alter. Hier steht auch immer so ein bisschen Dolle im Weg. Ich hab ein Kind, ne? Ich bin dumm. Ah, guck mal. Jetzt bin ich seit einem Monat weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt Infizierte und Nicht-Infizierte, die sich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette. Baby. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach unten warten, bis alles wieder normal ist. Könnte man tun. Und auch lassen, ne? Und was bauen hier? Auf jeden Fall immer so ein Ersthilfeset ist immer gut fertig zu haben. Okay. Ist noch irgendwas? Oh. Das ist schon ganz schön krass, ne? Wenn man sieht, wie viel Licht das Licht macht. Also wie viel Licht das Licht macht, wird sich auch dumm an. Aber... Können wir nicht hier rein? Nein, da kommen wir nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Was machen wir denn das hier? Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Es klappt. Hey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie damit. Da, ein Generator. Ja! Gumm wenn man hier rüber? By the hotel then. Natürlich nicht. Komm hier auch nicht hin? Ich dachte, hier mit den Kunden nach oben geht es auch nicht. Ja, guck mal, was finden wir hier. Das ist schön, aber wie kommen wir denn da hoch? Da hoch kommen wir nicht, da muss es einen anderen Weg geben. Gucken, ob hier noch ein Loch ist, wo man durchschwimmen kann. Der überhaupt hier schwimmen mag, ist auch ein bisschen eklig, oder? Warte mal. Kann ich auch nicht. Und auch da unten ist was, guck mal. Henry, versuch's mal! Okay. Dann mal los. Ja, es geht! Ich nehm mich mal um, bleibt Wasser! Gibt's nicht zu können. Aber wer sein kann, dass da unten was ist. Das gibt hier anscheinend nichts. Da geht's einfach durch. Wie geht's hoch? Kannst du hier durchgehen? Kleine Höhle hier. Ah, okay. Oh, und darf er noch? Ah, okay. Scheren. Gut, mehr gibt's hier aber nicht. Wir gehen jetzt wieder raus. Und gehen wir da hinten hoch, ne? Ja. Am meisten sind. Ja. Am meisten sind. Oh, gut. In Him. Okay, ein weiter weniger. was auch nichts macht. Da können wir auch wieder ein neues bauen nachher. Aber jetzt nicht. Nachher sind noch ein paar Sachen hier. Okay. Sie hat einen Kinderbau in Schienen, der wenig verfasst hat. Hätte ich diesen Ort. Und morgen werde ich sie suchen. Okay. Das ist die Isch. Also man kann wahrscheinlich ganz viel lesen. Wie Isch. Aber wie Isch denn nichts hier. Ah, Teile. Guck mal. Wir haben ganz schön viele Teile gesammelt. Über 100 auf jeden Fall schon. Oh, hier auch noch was. Ja, es war nicht viel, was wir jetzt gefunden haben. Aber wir müssen noch ganz kurz gucken. War hier auch noch was? Gut. Dann geht es wieder raus. Immerhin haben wir es gefunden. Und wir haben die gekillt, ohne unsere Sachen zu gebrauchen. Können wir auch hier runter gehen? Ja. Die beiden Gören mitnehmen. Wir kommen. Na los, Eddie. Na, helse. Sehr schlau. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Na, das geht auch. Wie nach auf der Generator noch Saft hat. Mir geht gar nicht. Ich komme wahrscheinlich nicht mehr rüber. Da ist es kaputt. Ach so. Ich kann aber hochziehen. Okay. Wir sind schon Profis da drin. Wir sind schon Profis da drin. Wie kennt ihr denn da rum? Warte mal, warte mal, warte mal. Noch ein Werkzeug. Jetzt haben wir Stufe 3 schon erreicht. Hau mal gut. Müssen wir noch ein Messer bauen? Das nächste Mal baue ich wieder eine Sprengfalle. Aber die Messer sind schon sehr nützlich. Für alles. Wo? Wo? Eine Akustik. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Mir hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Weiß man nicht. Wichtig will jetzt sicher gehen, dass alle Typen abgeschossen sind. Nach dem Passwort fragen, wenn Fremde kommen. Nicht rumschreien und laut spielen. Ihr wünscht ihn zu versteckern, wenn der Alarm losgeht. Das ist ein gutes Versteck hier. Oh, neue Wumme. Können wir die einfach mitnehmen? Klar, Shorty. Shorty, it's my birthday. We're gonna party like it's your birthday. Super. Was ist das? Verbesser Radius eingesetzt als Sprengstoff. Nicht schlecht. Hey, Sam. Stell dich mal da rüber. Okay. Bereit? Okay, mach schon. Oh. Hast du das gesehen? So, lieber leise. Okay. Was wir noch verstärken können. Maximale Gesundheit. Das würde ich ganz gerne haben eigentlich. Hm. Wir warten noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen. Wir haben so eine Ecke da. Oh. 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 Boah. Gesundheit, ey. Loser. Ich kann leider nichts mitnehmen hier. Alles voll. Aber, besser geht's weiter. Von da sind wir doch gekommen. Hier geht's weiter. Na, ok. Schwimmen? Ja, trauen. Achtung! Hey! Es kann noch sein! Ah! Der ist gleich, was Munition lag. Oh mein Gott! Oh, weg, weg, weg! Okay, das sagte man. Oh, das war aber der letzte Befreiungsschlag, würde ich behaupten. Oder nicht? Ja, wir wissen wohl, was mit Ihnen passiert ist. Sie im Klickernacht zu urteilen, sind Sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Da geht's hoch, da geht's längs. Wie gehen wir hier rein? Na. Hm. Da geht nichts mehr rum. Ah, waren wir schon voll, okay. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine große Idee war. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu wägen. Ich hoffe, es macht es aus, dass ich den Kindern einige Wasserpässe gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag übernachs gespritzt. Wenn ich will, dass Sie sie haben, lasst es mich wissen und ich nehme sie weg. Wir sind beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung am Rande. Kai macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten. Okay. 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 Ich habe meinen Stein in der Hand, mit dem ich die meisten platt mache. Volles Leben ist ja auch selten bei uns. Sie mussten nicht leiden. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch haushalte. Wenn nicht schon die anderen im Leben sind, können sie uns vielleicht helfen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Das willst du machen? Bevor deine Kinder infiziert werden, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Obwohl, naja, weiß ich nicht. Das weiß man nicht, ob man sowas machen würde. Gott sei Dank sind wir auch nie in so einer Situation. Was ist denn hier los? Eine Machete. Aber bitte sehr. Wie schön ist das denn? So, wo sollen wir hin? Raus hier erstmal. Ihr kennt den Weg wahrscheinlich. Nein. Scheiße. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Das Ding bewegt sich nicht. Stand weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los. Das war auch eine coole Situation. Oh, wir waren schon viele, ne? Alter. Richtig viele. Scheiße. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Wir schaffen das. Ja, ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Also, einmal nachladen. Hast du schon nachgeladen? Ach, dann bräunig. Hier müssen wir mal nachladen. Okay. Ist schon alles voll. Gut. Hier sind wir mal kurz was ein. Wir müssen da rumschauen. Wir müssen da rumschauen. Oh, nein! So viele konnten die Abwehr mit dem, also irgendwann sind die Machete auch durch, ne? Okay, hier müssen wir anders erledigen. Haben wir schon was eingesammelt hier? Okay. Da oben ist einer, da ist einer. Da, rechts! Da noch einer? Die machen wir so platt. Waren das alle? Dann weiß ich es nicht, ne? Schade, die Machete war so cool. Ja, da oben ist einer. Ja! Da war er. Mist! Ich war gut, aber ich habe auch leider super viel Munition verballert hier. Ärgerlich. Lieber die als wir, ne? Ich muss noch was finden hier. Ah, ein Baseballschläger, den haben wir auch noch mit 40er Tage. Den kommen wir immer gebrauchen. Hier waren echt viele. Also wirklich viele. Okay? Achso. Wollen wir mal was bauen hier? Wollen wir hier was nehmen? Nein, können wir nicht. Ich geh mal hier runter. Hm. Wir haben einige schon ganz gut überlebt hier, ne? Tja, das stimmt. Wir können auch nicht so viel machen hier, ne? Abgefaced und abgefuckt hier. Wir hoffen, ey. Hier geht's raus. Oder in den nächsten Raum. Hier ist ein Schachbrett mal wieder. Voll. Ich wette, es waren viele hier. Leute meine ich. Sieht so aus. Okay. Wenn wir nur einen Weg hier rausfinden. Halt. Na, guck mal. Voll, ja. Das ist voll. Warte mal. Kann man noch... Ach, das war ein Messer. Okay, das ist voll. Ja, da machen wir noch genug von. Hinten durch? Ja. Auch voll. Also es muss ja dann irgendwie tatsächlich hier oben irgendwo rausgehen. Da geht's hoch, ne? Da müssen wir irgendwas hinstellen. Eine Leiter oder sowas. Na, guck mal hier. Mach's schon. Sehr gut. Na, bitte. Guck mal, wie wir da hochkommen. Gut gemacht. Vielleicht treffe ich die anderen jetzt ja auch gleich. Mal wieder. Ist das Ellie? Na, los. Ach. Ja. 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 Keine Munition vergeuden. Oah. Oh. Hm. Oh. 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 Ja. 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 Na ja. Oh. Oh. Alle nach Hause! Na los! Mach doch direkt wieder zu! Oder? Wo soll man denn hin? Ach so, geht's wieder mal runter. Nicht schon mit dem. Eine Brandbombe. Hör mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Na los Sam, du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon, los! Achtung! Mist! Da mal los! Ah! 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 Die Trier ist offen. Los! Ja. Wow, cool. Steht immer lieber. Oh, guck mal hier. Das war echt knapp, hm? Ja. Nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Ja. Da ist der Funkturm drin. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt, hm? Mal sehen, wie wir hinkommen. Zu Fuß. Wie immer. Ja. Obwohl. Obwohl wir das machen und gucken und uns hier mal durchgucken. Ja. Okay. Durchsuchen hier, ob wir noch was finden. Oh, es gibt sogar ein Basement. Schöner Keller. Oh, ein Zwischenblätter. Ist ja wie bei hier zu Hause, würde ich sagen. Guck mal hier oben nochmal. Aber ich glaube, wir machen ab heute jetzt hier Schluss. Denn jetzt haben wir wirklich vieles geschafft. Und ich würde sagen, das reicht auch. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Und gehen zum Funkturm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ich weiß. Bis zum nächsten Mal.